Die erste Funktion gerade, jetzt hier runter gehen, das Bein zu stecken und jetzt mit der Strecke, um hier das vier Ende nach vorne zu drehen, also runter, jetzt hier nach vorne, runter, aufladen, ja, es geht nicht um das Bein, es geht nur um das Bein, also hier richtig, wenn du jetzt nach vorne, also hier ist es richtig gut, ja, es geht ein bisschen runter, das Bein zurück, das Bein zurück, jetzt hier raus, nach vorne drücken, genau, sehr gut, und Gas, genau, das Bein um zu drehen, genau, und Gas, ja, und Gas, ja, das Bein wechseln, sehr gut, merkst du das? Ja, dass du von dem Punkt hier eigentlich das hier wegschiebst, jetzt geht es so weit nach oben,耶, einfach hier unten rein, ja, 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 einmal noch. Vielen Dank.